Hallo zusammen, ich bin der Brandon, ich bin der David, ich bin der Marco, ich bin der Paolo de Gennaro, ich bin der Lorin, ich mache die Lerbe Autograph, und heute möchte ich euch meinen grossen Alltag zeigen. Der Autograph ist ein guter Ausbildungsbetrieb, sie legt sehr viel Wert auf die Lernenden und man hat bei Fragen immer eine Ansprechperson. Zudem gibt es klare Arbeitsabläufe und jeder weiss, was das zu tun hat. Ich stehe jeden Morgen glücklich auf, um zu arbeiten, weil ich weiss, dass auf mich etwas Neues und Spannendes zukommen wird. Mein Tipp als Schüler ist, geht viel schnuppern, damit ihr euch sicher seid, welcher Beruf das zu euch passt, weil ihr werdet nachher zwei bis vier Jahre auf dem Beruf arbeiten. Ich habe euch jetzt ein bisschen neiblich gegeben und wenn es euch gefallen hat, werben wir doch bei der Autograph. Vertraue.